Hallo Leute, hier ist Patrick. Kurzes Video, weil ich gute Nachrichten habe, aber bevor ich euch die sage, schaut euch doch mal meine Umfrage zu dem Livestream an. Ich habe eine gemacht, um zu wissen, wann ich den denn machen soll, aber leider haben noch nicht viele von euch was dazu gesagt. Ich mache einen Link unten in die Beschreibung rein. Okay, die gute Nachricht ist, lange für mich hat es gedauert, aber mein zweites Album ist fertig. Ich habe es passenderweise Strike Two genannt. Und ich finde, es ist ein starkes Album. Anders als bei dem ersten Album, wo ich alles quasi alleine gemacht habe, ist auf diesem Album viel mehr mit anderen Musikern zu hören. Allein zwei Stücke sind mit John Barclay Morris. John, du bist wahrscheinlich auch auf meinem dritten Album, weil ich habe noch genug Material von dir, um dich auf ein drittes Album zu kriegen, aber so weit sind wir noch nicht. Dann auch mit anderen Gary Lee von meiner Band Mule Train & Company. Mein Freund Blue. Mein Freund Gary Cummings. Alle die haben mir erlaubt, die Songs auf mein Album zu tun. Zwei davon habe ich nicht geschrieben, aber auch dafür habe ich mir Erlaubnis geholt. Also ihr könnt euch freuen, das Album kommt am 1. Januar auf alle Streaming Services. Okay, und das nächste Mal gibt es wieder Musik. Da gab es zu wenig in letzter Zeit. Ich sehe es ein. Ciao. Hi, guys. Hier ist Patrick. Ich habe ein paar gute News. Das ist warum ich dieses Video mache. Aber bevor ich Ihnen die gute News erzähle, hop über und in meiner Videobeschreibung, denn da ist ein Link zu ein Poll und in meiner Videobeschreibung, ist es bereit. Mein zweites Album ist endlich bereit. Es ist, sehr gut wie ich finde, als ich finde, Strike Two, die Strike Two Album. Und, unlike die erste Album, where I basically did everything myself apart from the guitar and people. On this album, I'm working far more with other musicians. There are two songs that I didn't even write, but I got the permission to get them on my album. But I'm still on the songs. I just didn't write them. So, yeah. And there are a lone two songs with my friend John Beckley Morris, with my friend Gary Cummings. There is still one with him. And then with my friend Blue. With many, many good musicians. But it's still most of the songs. There are 11 songs and nine of them are written by me. So, yeah. And John helped me a lot. So, John, you will probably be on the next, so the third album also, because I have enough material to get you on the third album. But it's not, we're not that far yet. So, it's going to be released on January the 1st. So, you get a little New Year's present, right? So, you can be happy about that. I hope so. And now, I'll promise you that the next time I upload a video, it will be music. Because I didn't really give you a lot of music lately. So, be happy about that. I hope so. And see you soon. Bye. 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 Bye.